hallo und herzlich willkommen zu mr luke zock pro cycling manager 2022 wir sind am tag 7 vom giro angekommen die erste woche zumindest die ersten sechs tage liefen nicht so gut ein aktuell sind wir in der gesamtwertung nur auf platz 50 heute steht erstmal so eine schwere mittel gebirgsetappe an und wir schauen mal in richtung bergtrikot haben wir mit kalle quam was gemacht ob wir da vielleicht auch anknüpfen können vielleicht suche ich auch mal wieder ein bisschen mehr als früher unser heil in der flucht ja wir waren letztes jahr dritter mit fos aber ja keine ahnung ob ich das noch mal so hinkriege vielleicht waren wir auch mal ein bisschen offensiver mehr hier in die ausreißer gruppen zu gehen natürlich für das bergstrick immer relevant aber vielleicht auch für etappen säge schauen wir mal so am anfang ist natürlich jetzt wieder auch mit victor lafay dem aktuellen führenden in der bergwertung hier ein großer run drauf in die ausreißer gruppe zu kommen bislang noch nicht so ganz geklappt wie haben wir hier ganz vorne hausen müris die sich abgesetzt haben es muss wieder an uns liegen ich kann hier versuchen was ich will und ganz ehrlich ein kalle quam ist doch jetzt kein gefährlicher name wir dürfen nicht weg vorne sieht es jetzt ganz gut aus für diese sechser gruppe zumindest ist jetzt lafay aktuell auch nicht dabei das ist ganz gut aber man ich würde natürlich schon für das bergtrikot gerne ein paar punkte holen naja das muss ich jetzt erstmal soweit akzeptieren vielleicht attackiert später an einem berg noch mal ich weiß es nicht wir haben heute vier kategorisierte berge einen der ersten kategorie ja geht eigentlich die ganze zeit immer rauf und runter für die gesamtwertung wahrscheinlich eine großen veränderung dafür ist es zu leicht filippo ganna schlägt jetzt schon an dem langen und relativ gemächlichen 1er anstieg gemächlich in dem sinne was die steigungsprozente angeht das ist also ein optimaler berg für ganna da schlägt er schon ein ziemliches tempo an und fährt den abstand zu der neunköpfigen ausreißer gruppe erst schon mal wieder ordentlich runter vielleicht kommen wir dann gleich noch näher hin dann würde ich mit alle versuchen da die 40 punkte abzuräumen ich habe jetzt sogar mal versucht mit brennsäte und mit andersen noch zusätzlich was zu investieren wir sind immer noch bei zwei minuten reicht nicht okay die neos schlägt jetzt echt ein sehr hartes tempo an knapp 66 kilometer vorm ziel jan bollans in pink da hatte sich das ja beim letzten mal über eine ausreißer gruppe geholt wenn ich mich da recht entsinne hatte eigentlich jetzt vor mit warm ja weiter wir haben auch ein team muss man sagen am berg haben wir auch einfach kein team dann fast doch nie im leben aufs podium kommen das ist echt irgendwie traurig ja ich versuche jetzt mit quammer in richtung bergpunkte noch ein bisschen was zu machen einige ausreißer wurden eingeholt ein kilometer bis oben ist es noch wird wohl nicht ganz bis nach vorne reichen von amur überlebt da das noch jetzt kommt karlik wann 99 ja immerhin zweiter bei der bergwertung ich glaube wir waren noch knapp vor lafay für den ganzen einsatz heute will ich auch mal wenigstens ein bisschen ertrag haben sehr ich traurig sonst ich glaube ich muss auch echt wenn ich hier was reißen will mit forts mit satellite radern agieren dass wir einen cool set oder ein qualm charme ok der kommt jetzt vielleicht in der abfahrt noch wieder zurück in der ausreißer gruppe schicken damit wenigstens irgendwie noch jemand auf einer schweren bergetappe bisschen weiter ins finale reinkommt für tobias voss damit er nicht komplett alleine ist noch 30 kilometer bis ins ziel wir haben jetzt über den letzten kategorisierten anstieg danach haben wir zwar noch zwei kleine kurze wellen eine auch in richtung finale kommen kann nicht mehr cool set hatte ich hier noch als letzten helfer der kann aber auch nicht mehr ja da stelle ich mir jetzt gerade schon echt die frage die anderen sind ja auch im form herpunkt macht das überhaupt sinn mit voss auf die gesamtwertung zu gehen oder scheiße ich da drauf und gehen mit ihm vielleicht auf spiel trikot oder auf etappen siegel das ist vielleicht sogar die bessere variante ich weiß es noch nicht natürlich schwer mich jetzt so frühzeitig davon zu verabschieden aber wir gehen erstmal hier aufs ganze mit tobias voss in der hinsicht dass ich ein paar bergpunkte noch sammeln will vielleicht kann man sich hier noch mal absetzen mit ein paar leuten und lopez kommen dazu können wir vielleicht irgendwie zusammenarbeiten mal so eine flasche wasser holen ich denke die gruppe ums pinke trikot polanz tatsächlich noch dabei ja wird hier wahrscheinlich gleich wieder aufschließen aber ich schloss mich jetzt erst mal so mitziehen lopez haik plapp 25 sekunden ja inzwischen wurden alle wieder eingeholt knapp 30 mann im peloton coolzeit ist auch wieder ein bisschen nach vorne gekommen somit ja geht das bestimmt am ende so ein bergauf sprint aus dieser reduzierten gruppe der ein oder andere wird vielleicht noch zurückfallen jetzt haben wir so eine kleine welle gucken ob es da attacken gibt dies aber nicht besonders steil ich will nur mal nach vorne fahren jetzt gar kein großes tempo machen das können wir uns eh nicht erlauben was ist jetzt ich sag mal erst nicht langsam in der beschleunigung wen haben wir hier sonst noch dabei an ayuso oder der ein oder andere die sind bestimmt spritziger glaube nicht dass wir im bergauf sprint die etappe gewinnen können versuchen werde ich es natürlich gar keine frage so überwiegend abschüssig jetzt bis wir dann zu den letzten sich nicht 500 600 metern oder so kommen holz hat kann ich mehr will ich mit fast von vorne fahren das ding ist wenn ich jetzt raus nehme und wieder position verliere das ist auch blöd so hängen wir uns mal bei bernal dran musste aber immer aufmerksam sein wenn man sich auf andere verlässt da ist man natürlich auch schnell verlassen so bergauf sprint läuft was er in der dritten reihe kann er noch mal nach vorne kommen sieht nicht schlecht aus reicht aber nicht ganz alter leug fliegen kommt hier mit einer krassen beschleunigung an der wird sich die etappe hier holen den hatte ich nicht so auf dem zettel aber da ist fast einfach nicht ganz in seinem element kommt hier aber als guter sechster rein in der gesamtwertung wurde fast jetzt ein bisschen nach vorne gespielt von 50 auf 28 ja ich werde das noch mal ein bisschen beobachten aber wenn die teamunterschützung einfach zu schwach ist dann muss ich mit fast irgendwie alleine in gruppen gehen bis dahin haben wir jetzt aber auf der achten etappe wahrscheinlich eine sprint ankunft ist zwar als hügelig ausgegeben aber am ende denke ich jetzt wohl massensprint noch 25 kilometer ich habe mich jetzt mal hier an die spitze des feldes begeben vorne haben wir noch drei ausreißer die wurden aber immer an der relativ kurzen leine gehalten gibt es jetzt hier attacken war nur mal so ein bisschen angedeutet glaube ich die eigentlich nicht davon aus dass qiatkowski attackieren möchte es geht immer wieder hoch und runter das macht das ganze natürlich sehr schwer halber son ja ist glaube ich zu schlecht auf diesem terrain als dass er da am ende noch vernünftig sprinten kann aber größtenteils ist das hauptfeld natürlich bis zum ende beisammen wir haben wir wieder wahrscheinlich ein sprint wo ein pogacca hier im spiel sogar gute chancen auf dem sieg hätte die printer werden wohl alle dabei sein aber ob die energie noch ausreicht zumindest bei unseren sieht das nicht so gut aus so jetzt sind wir ganz vorne in position jetzt kann ich mal wieder ein bisschen bremsen und darauf hoffen dass wir etwas regenerieren ein kleiner anstieg kommt noch da machen die anderen natürlich auch immer ordentlich dampf und ich möchte mich hier eigentlich ungern komplett überrollen lassen deswegen so leid es mir tut für meine sprinter sieht aber echt nicht gut aus mit der power hätte ich nicht so schwer erwartet muss ich gestehen aber wir sind jetzt ganz vorne und übernimmt mal elf kilometer sind es noch und die herren hier mit denen kann ich auch mal voll rausnehmen ein bisschen zeit kassieren kleines plateau oben dann eine abfahrt und dann ein flachstück so ich nehme jetzt mal wieder tempo raus ja warm und voss sind noch einigermaßen gut in schuss aber die können natürlich auch nicht wirklich sprinten ich hätte vielleicht einfach attackieren sollen noch ein bisschen dumm aber jetzt ist es gelaufen habe ich mir gar nicht so richtig gedanken darüber gemacht dass es ja so schwer ist hätte ich auch echt attackieren können aber egal jetzt bereiten wir den sprint vor bisschen unüblich heute echt kein so klassischer sprint ich gehe davon aus die anderen top sprinter sind stehen hier noch voll im saft wir eröffnen mal mit quam und mit voss ich hoffe andersen zumindest andersen kann da irgendwie noch etwas entgegensetzen philipsen demar wir sind nicht schlecht dabei kommen am ende noch mal auf aber es reicht nicht ganz nein wieder platz zwei oder wäre der sieg drin gewesen es war anders und war schon das richtige pferd aber scheiße bislang soll es einfach nicht klappen ne das war schon echt nicht schlecht vielleicht hätte ich ein bisschen eher anfangen müssen aber ich glaube viel mehr hat seine leiste da auch nicht hergegeben ja war ziemlich knapp zwischen den ersten vier muss man gestehen die zwei kann man sich eigentlich nicht beklagen in game hätte man da vielleicht ein zeitabstand werten können nach den ersten aber nein natürlich nicht hätte uns ein bisschen geholfen in der punktewertung war kann ich langsam auch mal so ein bisschen drauf schielen aber ist ein harter weg da wir echt in den richtigen flachen sprints unterlegen sind könnten wir glaube ich höchstens über kontinuierliche fleißarbeit das ciclamino am ende gewinnen wenn überhaupt ach du schande Etappe 9 blockhaus das wird hart fürs team heute wird ein tag für die ausreißer gruppe also ich sage nicht unbedingt dass die in ziel kommen kann man doch nicht sagen aber es wollen alle möglichen leute rein und es wird eine große gruppe geben vorne 20 mann die sich da schon gefunden haben und kalle quam ist dabei aber auch frank bon amour der das bergtrikot an hat viele gute bergfahrer store viertener gesamtwertung okay ich glaube die werden nicht ins ziel kommen nicht die günstigste konstellation aber vielleicht können wir ein paar bergpunkte holen und andersen befindet sich in der achtköpfigen verfolger gruppe unter anderem noch mit blutzenko hier sind echt richtig viele gute bergfahrer dabei auch wenn man sich mal die favoriten für den tag anguckt haben wir mit foss in den top ten nichts zu suchen ganz ehrlich wenn man sieben 76 berg ganze knicken gegen die ganzen 80er so andersen scheint wohl ranzukommen mit dem würde ich ganz gerne die sprintwertung absahnen sind zwar nur zwölf punkte nicht so viel wie bei der tour de frau für den zwischensprint aber besser als nix ne holy shit 28 ausreißer das ist natürlich eine ziemliche mammut aufgabe sich da durchzusetzen gucken wir mal ob es beim ersten berg sprint hier reicht jawohl ziemlich gut angezogen von seinem team kollegen am ende ging es ja immerhin um 18 punkte keine 40 aber das war schon mal ganz gut somit platz drei in der bergwertung bisschen was müssen wir dabei auch noch aufholen außerdem ist bon amour ja auch dabei aber hier die 40 punkte die würden mir schon schmecken gibt es hier leute in der ausreißer gruppe dies auf die route in der sprintwertung abgesehen haben könnten da kann man sich immer nicht sicher sein das muss ich mit anderen volles matt ausfahren und da gleich sprinten so ein kilometer das kann er wohl durchziehen selber sprinte dann gibt es auch immer den ein oder anderen er da auch mit rein hält albanese zum beispiel aber erst mal zwölf punkte anders und 13 punkte nur hinter der nese aktuell sieht das gar nicht so schlecht aus der vorsprung der ausreißer beträgt knapp drei minuten die lücke geht also nicht so riesig auf aber das sind so gute bergfahrer drin vielleicht schleppt sich da der ein oder andere doch noch vor den die sie leuten ins ziel knapp 50 kilometer vorm ziel sind wir hier drin im paso lanciano anstieg hier mal von oben bis in die szenerie für eine serpentin während wir sehen dass hier der ein oder andere fahrer inzwischen zurückfällt leider auch kasper andersen aber das war auch erwartbar der hat echt einen guten job gemacht kalle kwam lange geschützt der vorsprung der ausreißer ist jetzt deutlich größer geworden geht in richtung sechs minuten ja einfach weil sich hier die besten bergfahrer am ende auch durchsetzen werden mal gucken ob ich mit kalle kwam ja sage dass hier oben ist quasi erst mal die ziellinie ich hoffe er kann noch ein bisschen länger durchhalten aber es sind noch immer ziemlich viele fahrer 12 von amour recht weit hinten in der gruppe ich glaube der verliert ein bisschen den anschluss kam einer der ersten aber auch gleich leer ja das wird nicht mehr für die dicken punkte reichen befürchte ich da gibt es zu viele gute bon amour kann auch noch dranbleiben okay da vielleicht ein bisschen den sterbenden schwan markiert es reicht nicht ganz 1,5 kilometer vorm ziel um dazu folgen das heißt am ende gehen die bergpunkte an rochard padun omen von amour noch ein bisschen ja kwam hängt natürlich jetzt so um niemals land hat keine chance mehr auf den sieg sind wir mal ehrlich dann werde ich mit dem hier warten auf tobias voss und wir haben noch einen langen blockhaus anstieg ich war erstmal mit dem so ein tempo hier der soll in abfahrt bisschen regenerieren und dann kann er gleich unserem leader noch helfen die gruppe um das pinke trikot kommt jetzt auch über den anstieg hier aber das pinke trikot ganz ehrlich ist nur virtuell erst mal auf den schultern von polanz denn effektiv hat hier ineos das sagen heute meine fresse machen die im tempo mit ihrem team rund um den leader egan bernal aber jan polanz ehre wem ehre gebührt ist natürlich noch dabei ist wie lange er da das trikot tragen kann ist aber immer völlig auf sich alleine gestellt da sieht man weit und breit meist von astana nicht so wirklich hilfe die ausreißer sind jetzt schon im anstieg zum blockhaus drin er ist ein bisschen zweigeteilt das ist jetzt erst hier unten dann gibt es sogar noch eine kleine abfahrt und sprint wertung bevor es ja so richtig sache geht omen rochard padun alle kwam einige kilometer weiter zurück hier in so einer gruppe ich will hier auch nicht alleine anführen die werden aber gleich vom hauptfeld wieder aufgefahren kam hat sehr schön regeneriert das ist jetzt vielleicht heute mal ein ganz guter gradmesser mehr teamunterstützung kann fast nicht erwarten auch nicht im weiteren verläuft ist die russ das geben einfach unsere fahrer nicht her wenn ich hier aus der dc gruppe gut mithalten kann gebe ich dem projekt gesamtwertung sage ich mal noch eine chance ansonsten können wir das eigentlich echt fast ad acta legen ja charme und cool cent die können ihr nicht folgen auch kwam kann nicht mehr viel machen und das tempo ist hier auch ganz am anschlag muss man gestehen sind dabei immer noch über 50 mann ich hoffe dass 70 hier mal ein bisschen weiter aus 42 sind es kam es noch dabei zwar mit hängen und würgen aber ist noch dabei und der vorsprung der ausreißer ganz vorne viele wurden natürlich schon eingeholt ist bei unter zwei minuten also wenn da gleich noch jemand wie ayuso oder bernal loslegen auch am co evenepool natürlich jan ist da auch der etappensieg vielleicht noch dritten sorgfoss ist jetzt alleine knapp über 20 mann bon amour und co werden auch eingeholt wir springen mal nach vorne remiro schaar einer der letzten verbleibenden oben ein paar tun werden jetzt auch gleich eingeholt tobias fast ist so ziemlich am limit und jetzt gehen die attacken bernal lopez lander ayuso sie war kopf ich war einfach mal nur 65 der fährt mal sein eigenes tempo kann da unmöglich mit den besten mitfahren lopez und co die haben natürlich russia längst überholt und hier wird es dann auch um den etappensieg gehen können hollands hält echt gut mit natürlich dem ein bisschen unrecht ja fast es nicht schlecht aber denkt er wird ja auch auf hollands bau haig und so weiter noch ein bisschen weitere zeit verlieren am ende setzt sich miguel andre lopez hier noch ein bisschen von egan bernal ab kann bernal noch zurückkommen der setzte auf den letzten meter noch zum sprint an aber lopez holt sich hier den etappen sieg bei dieser bergankunft knapp vor egan bernal und dahinter kommen dann sie verkauf aju so und o'connor mit knapp 45 sekunden rückstand tobias forst kommt hier knapp außerhalb der top ten mit rund 220 ins ziel so sieht das tagesergebnis aus platz 14 ist es am ende das bedeutet in der gesamtwertung pollans bleibt in front von lafay und bernal lopez klettert auf rang 4 und tobias forst ist jetzt auf rang 20 punkte wertung sind wir mit kasper andersen auf rang 3 das ist bislang vielleicht sogar das aussichtsreichste kalle quam ja schon ein bisschen rückstand ist zwar gut platziert aber bonamur hat uns noch ein bisschen was voraus auch ja klar die gc fahrer lopez hat ja auch noch mal dick gepunktet könnten noch gefährlich werden auf der zehnten etappe geht es wie folgt weiter nach dem ruhetag die erste hälfte komplett flach dann leicht wellig also ein punchiges finale könnte was für anders sein werde ich mal versuchen wir haben vorne acht ausreißer relativ viele das ist aber gar nicht so schlecht dann sollen die den sprintern die punkte hier bei den zwischensprints weg wegnehmen und wir haben zwar fürs hochgebirge nicht das team aber die sind ja alle gut in form ich glaube ich werde es wie bei einem klassiker machen und nachher mit der team stärke ordentlich schwer drüber fahren und hoffen dass wir uns da irgendwie absetzen können oder zumindest das feld ziemlich zerkleinern und anders sind der hat einen guten hügel wert dass der dann länger durch hält als sprinter also halber sonst ziehe ich für heute gar nicht in betracht wie gesagt wie bei einem klassiker jetzt habe ich schon eben mal kurz das hauptfeld gegabt klar die sprinten da wieder ran aber urian start dafür ist ja echt gut 77 ebene 71 hügel ja zwar noch kein formhöhepunkt aber das ist eigentlich schon eine maschine auf so einem terrain ist das das pinke trikot was hier zurückfällt ja tatsächlich weiß nicht ob der jetzt irgendwie ein defekt hatte defekt oder sturz würde ich mal sagen wird jetzt von seinem team wieder herangebracht wurde das erste mal dass ich rund um das pinke trikot herum mal astana unterstützung sehe da kann ein polanz auch ein bisschen leidtun noch knapp 40 kilometer ich bin hier voll committed ich sag's euch bin hier komplett committed vielleicht geht das auch nach hinten los war das von philipsen da war glaube ich nicht mehr wirklich was zu holen bei dem sprint außerdem warum hast du jetzt hier so runter keine ahnung okay ja vielleicht weil wir andere abgehangen haben zum beispiel deinese im chic amino und deswegen für philipsen selber vollgas das ist ja geil es ist hier echt ein stetiges auf und ab immer wieder droppen welche kommen wieder ran links rechts hoch runter also da ja kann auch vieles passieren ist bereits einiges passiert aber auch viel wieder zusammen gelaufen ich mache es auf jeden fall schwer muss auch für die anderen schwer sein frost noch steht hier noch voll im saft das kein problem wenn der schneller wäre ich mein jetzt nicht langsam ja habe ich schon mal gesagt aber dafür gibt es zu viele die hier besser sind in so einem sprint selbst wenn ich deinese philipsen und co hier loswerde elf kilometer sind es noch ein vierer anstieg aber nur vier prozent bei drei kilometern das ist jetzt nichts besonders furchteinflößendes 91 leute noch im hauptfeld es geht natürlich überwiegend bergrunter gleich aber jetzt auch nicht schnell also ist keine schnelle abfahrt sondern mehr so ein selliges terrain aber ich versuche mal vorne zu bleiben hier wollen wir uns jetzt mit kohls ein paar pünktchen ist aber nicht wirklich weiter der rede wert 63 mann noch sieben kilometer 57 mann ja caleb hughn ist die ganze zeit ganz weit vorne ich baue auf anlassen ich versuche ich habe es von anfang an gesagt wir committen für anlassen fos wird gleich übernehmen und die letzten kilometer hier abspulen ich hoffe die ganze arbeit kann sich irgendwie auszahlen für unsere jungs dass wir endlich mal einen etappensieg einfahren drei kilometer sind es noch caleb hughn am hinterrad von peo bilbao war das glaube ich so schnelle zieleinfahrt da schießen die anderen schon los ich gebe gas mit ford andersen muss ein bisschen konservieren 500 meter andersen ist nicht schlecht aber philipsen ist natürlich wieder da und dahinter kommen dann andersen und forst auf zwei und drei was soll man machen gegen den typen ne 76 hügel das ist einfach ein biest das heißt leider wieder kein sieg erneut der zweite platz für andersen das bedeutet in der punkte wertung haben wir jetzt aber immerhin die führung übernommen da hat sich die arbeit ausgezahlt gut philipsen hat hier bislang noch gar nicht so dick gepunktet danese jakobsen von poppel ja das war immerhin das gute die waren hier nirgendwo zu sehen weil zu schwer für die philipsen ja mit seinen hügel wert den wird man da natürlich nicht los ist ein sehr klassiker fahrer und die letzte chance für das heutige video besteht auf der elften etappe komplett flach wird also ein massensprint die punkte in den beiden zwischensprints die gingen hauptsächlich an die ausreißer vielleicht waren da zwei oder so noch zu holen wo die bekloppten im hauptfeld dann auch wieder so hinterher sprinten mussten habe ich mich mal nicht daran beteiligt die kraft spare ich mir lieber auf hier für den fluss sprint und wir sind mittendrin in der sprint vorbereitung haben da allerdings gerade ein bisschen probleme dass gewisse herrschaften nicht an der richtigen stelle sind aber ich fahr erst mal mit voss auf der rechten seite raus kommen junge fahr rechts raus ja kriegen wir noch repariert regen wir noch gerade so repariert außer halbassern er kommt fakt auf halbassern er bringt eh nicht das was ich von ihm erwarte so sprintern fahrt läuft urian start werde ich jetzt mal mit 99 hierhin schicken kwam kann da raus so kurve urian start zieht an für voss und andersen letzter kilometer er ist natürlich nicht der schnellste sprinter aber ist hartnäckig ist wieder vorne mit dabei aber am ende gewinnt die jacobsen und andersen landet auf platz fünf ja wir müssen fleißig punkten war okay auf so einer etappe rechne ich nicht damit dass er hier jacobsen und co im sprint schlägt wenn ich ehrlich bin jacobsen holt somit 50 punkte das bedeutet in der punkte wertung er übernimmt auch die führung kasper anders in aufrang zwei vor alberto dainese zum abschluss blicken wir mal kurz auf die gesamtwertung hier hat sie nicht großartig was geändert was nicht mehr 20 sondern 18 glaube ich auf der vorletzten etappe geworden als wir das feld ein bisschen auseinander gefahren haben aber noch immer noch ein weiter weg um da irgendwas zählbar ist am ende herauszubekommen ich hoffe ihr schaltet auch beim nächsten mal wieder ein wenn es heißt mr luke zockt pro cycling manager 2022 bis dahin macht's gut ciao